Punkt, ha, macht euch richtig lustig über mich, ihr könnt mich alle beiden machen. Ich weiß doch gar nicht was geht, jetzt werde ich wieder gebashed. Hi, 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 wer ist das hier? Bist du gerade der, der gebashed wird? Ne, ne? Nein, ich bin diejenige, die gerade rausgegangen ist. Ich bin ganz alleine, wie immer. Achso, wir sind locker zu dritt hier. Bist du jetzt noch am Jen, oder bist du jetzt wirklich abgehauen? Ich bin abgehauen. Ja, warum? Ich habe keinen gebashed und ich wurde auch von dir nicht gebashed. Ich wurde gebashed. Ja, ich mache jetzt aber erstmal den Jen. Ja, jetzt jagen die hier und ich hoffe, dann kann ich auch den Jen machen. Oh, der darf mich nicht sehen. Sonst... Okay, jetzt geht das Killerhütten-Spiel hier los. Ich seh's. Ich seh's. Oh, oh, oh. So, jetzt kann ich... Da in der Killerhütte der Keller? Ja, da ist der Keller. Palette steht auch noch in der Killerhütte, also alles easy going jetzt hier. So. Ja, die sind nur irgendwo hier in der Nähe. Aber ich habe jetzt... Er hat Jen Rush. Jaja, Jen Rush. Das ist der Plan. Oh, oh, oh. Ich bin auch schon bei der Hälfte. Ja, ich bin bei 30, 40. Aber ich habe jetzt auch übrigens Bestärkung mit. Das kann man nicht, die kann man nicht durchlaufen. B-Stärkung oder Verstärkung? B-Stärkung. B wie Bernhard. Wie Bernhard. Wie Bernhard. Wie Bernhard das Brot, ja. Ey, komm die jetzt wieder? Sind die jetzt wieder hier oder? Warte mal. Ja, die sind wieder bei der Killerhütte. Warte. Ach, echt? Der kommt jetzt zu mir mein Jenison auf 90 Prozent. Bitte mal. Geblendet. Ach ja, stimmt. Ich habe ja diesmal Sprengfall gar nicht mit. Ich kriege wieder nichts mit dir. Ich wusste gar nicht, dass sie wieder in der Hütte sind. Der und der random provoziert ist ein Killer. Gut. So kommt Jen zurück. Der Sprengfall ist ja auch nicht mehr das Meter, ne? Nee, seitdem die ja weg geht, ne? Das ist nicht mehr Meter. Ja, aber, warum die das geändert haben? Ja, aber einfach zu zu overpowered. Voll overpowered. Der Killer ist bei mir. Jo, jo, jo. Mein Jenison ist wieder bei 90. Ja, ich komme dahin, du schaffst es ja alleine nicht. Ich habe ihn durch die Palette gespuckt. Geh weg. So, jetzt, jawoll. Ist jetzt ja allein mein Verdienst, dass wir das jetzt durchgezogen haben, ja. Ja, jetzt endlich machen wir was Produktives, ne? Ja, ja. Oh Gott. Ist der Killer echt Rang 1 Killer? Das merke ich schon. Das ist ja ultra strong. Ultra strong. Sollen wir einen Jen Platz lassen oder willst du jetzt den machen da? Ja. Ich glaube, Starlord hält immer lange durch. Ja, ich komme. Oh nein! Hast du es gesagt, ne? Oh. Hier ist auch irgendein Jen fast fertig. Ja, das war sie jetzt gerade. Arne, wo bist du? Bei dem fertigen Jen. Ach so, hier. Ja, ja, gut. Ich wollte nur wissen, ob du produktiv bist, ne? Ich bin immer produktiv. Entweder halt ich den Killer für fünf Sekunden hin oder ich mach Chance. Oh. Franklins habt ihr bemerkt, oder? Noch nicht. Franklins? Nö. Verdammt. Kommt doch rum, kommt. Zug ist abhängig, wa? Ich bin unten, ich bin da. Ach so. Wo sind wir hier, war doch eine Palette oder nicht? Hast du die nicht gerade geschmissen? Ich hab... Nein, darum... Oh nein, nein, ey, der Baum, der Baum. Hä? Das stimmt aber nicht von... Oh, egal. Hat da jemand... Wie, noch ein Generator? Was? Ja, ich... Noch ein Generator zu tun. Hallo. Wie? Das ging aber schnell. Was ging schnell? Ja, so... Nein, ach, hier ist eine Falle. Ach, hier ist eine Falle. Jo. Ah, also bei der Cocktailbar ist jetzt eine Falle am Fenster, ne? Okay. Ich dachte, ich könnte jetzt einen auf cool machen. Im Spotlight, im Spotlight war ich jetzt. Oh, meine Taschenlampe liegt da. Verdammt, ich muss ja wieder zurück. Hier. Okay, warte mal, warte, wo ist meine Taschenlampe? Der ist noch da, ne? Der ist noch da. Ja, klar, aber ich hab doch hier die 10 Sekunden, die 10 Sekunden. Wo ist meine Taschenlampe? Taschenlampe ist nicht da. Ah! Meine Taschenlampe ist nicht da. Ah! Meine Taschenlampe. Was? Wie ist denn der Taschenlampe? Die sterben wir alle. Was? Was ist denn hier los? Nein! Ja, komm, nicht wegen meiner, ihr habt eure auch alle gesucht. Nein, die hab ich jetzt gerade erst verloren. Ich hab noch zwei Sekunden. Zwei Sekunden Taschenlampe. Gehst du abhängen, oder? Da ist die Taschenlampe. Die ist aber alle. Das ist das wahrscheinlich meine. Oh, 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 ey, warum lauf ich gegen, ich lauf gegen alles hier. Jetzt hab ich die Taschenlampe schon wieder verloren. Wo ist er denn? In der Hundhotel. Ja. Nein, ich schaff's nicht. Eh, kann mich jemand, wo seid ihr denn, kann mich jemand heilen? Ist das ein Chaos, ja, was mir fod... Ja, ich schaff's mal. Ich schaff's. Ich schaff's nicht, ich schaff's an, finden's eh das, kriegen man eh das, kriegen mal eh das Taschenlampe, ne? Ich weiß nicht, ob das hier so eine gute Posi ist, oder? Was machst du? Ich will dich heilen! Mein Controller, sag ich doch! Mein Controller ist kaputt! Der kommt jetzt hier hin, oder? Ja, aber ich kann noch einen Schlagdenken. Geh, geh, geh! Jawohl! Kannst du dich... Nein! Random holt mich. Spiele random. Nee, doch nicht. Nein, ich hab hier noch. Das war ich. Aber ich hab noch bestärken, weil, warum mach ich das nicht? Oh, danke. Was denn? Du bist so... Der letzte Balken. Jetzt, der letzte Rest... Das liegt daran, er denkt die ganze Zeit an seine Taschen, aber er traut, er ihr nachweist. Er denkt, er darf sie an seine Tasche. Ja. Tank, tank, tank! Na, ich wollte doch noch tanken. Na, und tschüss. Zählt jetzt zählt? Ja, der hat abgezahlt. Auf die Sekunde. Nicht der sagt. Hätten wir doch mal geliebte Zeit dabei, ne? Oh, ich glaub, das wird nichts. Oh, mein Gott. Nein. Jetzt muss er mich... Jetzt macht er mich hier. Also, ich weiß nicht, ob mein Bauch mich täuscht, aber, äh... Sieht nach Desaster aus. Ich hab doch gesagt, der ist Rang 1 bestimmt, aber vier Gents schaffen wir. Wie kann das denn sein? Oh, 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 oh. Jetzt hängt er den nächsten auf. Honey ist irgendwo da hinten. Ey, Honey. Kein Bezug zu Action hier, quasi. Nein. Das wird jetzt nix. Oh Gott, ja. Ja. Nee. das angetäuscht ich wollte nicht, dass er mich wegzieht Moment, ich gehe mal eben ins Hotel, da müsste die Luke auftauchen Stimmt Oh Gott Wie kann man das aus der Hand geben? Das war eine Kaskade von absoluten Befehlentscheid Oh Gott Und meine Taschenlampe ist weg Oh, ja mit Taschenlampe, das Wichtigste Oh Gott Leute, daran müssen wir arbeiten Das ist nicht tragbar Das war die Kaskade von dem Das war der Kaskade von dem Das war der Kaskade von dem